Ein herzliches Grüß Gott auf der Pacamissa Lodge. Das private Wildreservat befindet sich in der nordöstlichen Provinz von Südafrika in KwaZulu-Natal. Unmittelbar in unserer Nähe befindet sich der Indische Ozean mit seinen traumhaft menschenleeren Stränden und hier können Sie auch viele private und staatliche Wildreservate besuchen, um die berühmten Big Five Wildtiere zu sehen. Jetzt wünschen wir dem Umfulaner Team, das uns immer professionell unterstützt hat und viele bessere Säder hat, einen herzlichen Glückwunsch zum 20-Jährigen bestehen. Happy Birthday, Umfulaner! Umfulaner Team Umfulaner Team Umfulaner Team Umfulaner Team Salam alem awe, salu moya. Salam alem awe, salu moya. Salam alem awe, salu moya. Amen. Amen.